Ich möchte wahrgenommen werden als jemand, der Social Media versteht, der als Experte dort eine Rolle spielt. Ich möchte wahrgenommen werden als jemand, der gerne sein Wissen weitergibt und dem Kollektiv dienen möchte. Und ich möchte wahrgenommen werden als Unternehmer, der das Ganze liebevoll gestaltet, statt eine Maschine zu sein. Ich glaube, ich werde wahrgenommen als Mensch, der sich viel um Bildungsfragen und Marketing kümmert. Da vorzugsweise zum ganzen Thema digitales Marketing, digitale Bildung. Und genau so will ich auch wahrgenommen werden. Ich glaube, dass ich vor allem als jemand wahrgenommen werde, der zu allem eine Meinung hat, der sehr viel kommentiert. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass dies auf einem hohen Niveau gesehen wird und nicht nur als Dampfplauderei. Ich glaube, ich werde als relativ vernetzt wahrgenommen, offen, neugierig. Ich werde als Mutter wahrgenommen und als vielgereiste. Ich möchte gerne wahrgenommen werden als jemand, der sehr politisch ist, der sehr interessiert ist, der sehr streitbar ist und immer auf der Suche nach neuen Lösungen. Vielen Dank.